Was ist eigentlich Ethereum? Nachdem Bitcoin mehr als vier Jahre lang mit großem Abstand den Markt der Kryptowährungen anführte, stellte der damals 19-jährige Programmierer Vitalik Buterin die Idee von Ethereum vor. Zwar gab es mit Bitcoin zumindest schon ein dezentrales Zahlungssystem auf Basis einer Blockchain, doch Buterin wollte eine Programmiersprache zur Entwicklung von Apps. Da Bitcoin eine solche Entwicklung nicht unterstützte, entwickelt er mit einem Team aus vier Mitgliedern die erste Version der sogenannten Smart-Contract-Plattform Ethereum. Während Bitcoin zum allergrößten Teil zum Versenden und Aufbewahren von Werten in Form von Bitcoins genutzt wird, ist es mit Ethereum möglich, Programme, wie wir sie von Apps und Computerprogrammen kennen, auszuführen. Die Maschine, die diese Programme ausführen soll, ist in diesem Falle nicht das Handy oder der Laptop, sondern ein Weltcomputer, das Ethereum-Netzwerk selbst. Angetrieben wird sie von einer eigenen Währung namens Ether. Dieses dezentrale Netzwerk spannt sich über die ganze Welt. Tausende Computer überprüfen und bestätigen den aktuellen Zustand des Netzwerks und damit auch jedes Programm auf Ethereum. Bei Bitcoin wurden in der Blockchain lediglich Zahlungen gespeichert. Bei Ethereum wird zusätzlich auch noch der Programmcode der Apps in der Ethereum-Blockchain gespeichert und wie sich dieser nach der Ausführung verändert. Daraus folgen für Ethereum einzigartige Vorteile gegenüber Apps, die auf Handys und Heimcomputern ausgeführt werden. So können Apps programmiert werden, die niemand zensieren kann und die im Endeffekt ohne Besitzer auskommen, die also völlig autonom funktionieren können. Ein einzelner Laptop zu Hause kann abgeschaltet werden. Um jedoch eine App oder wie sie bei Ethereum genannt wird, DAP, eine dezentrale App, abzuschalten, müsste man das ganze Ethereum-Netzwerk abschalten, was bei tausenden Computern weltweit fast unmöglich ist. Außerdem können die Programme vollkommen autonom laufen. Sie verhalten sich genauso, wie sie programmiert sind. Niemand kann den Programmcode betrügen oder bestechen. Das schlimmste Fall für alle Betrüger. Der Ethereum-Weltcomputer besitzt die Eigenschaft, Turing-komplett zu sein. Das bedeutet, dass mit Ethereum alle Programme programmiert werden können, die wir auch aus unserem Alltag kennen. So gibt es seit Januar 2018 bereits 250 funktionierende DAPs und hunderte weitere sind in Entwicklung, darunter Smart Locks, intelligente Schlösser, die mit Ethereum verbunden sind und an Geräten sowie Wohnungstüren angebracht werden können, dezentrale soziale Netzwerke, Vorhersagemärkte, Arbeitsmärkte und Ladestation-Management für elektrische Autos. All diese Programme bekommen durch die Kryptografie der Blockchain ein besonders hohes Maß an Sicherheit, verglichen zu herkömmlichen, zentralisierten Diensten. Die persönlichen Daten werden nicht an einer zentralen Stelle, wie beispielsweise auf den Servern von Facebook, gespeichert, sondern verschlüsselt und auf den Knotenpunkten des Netzwerks verteilt. Zugriff erhalten nur die Teilnehmer und all diejenigen, denen man Zugriff gewährt. Dieser Weltcomputer ist quelloffen und das bedeutet, dass er allen frei zugänglich ist. Um mit Ethereum anzufangen oder Ether zu kaufen, brauchst du eine funktionierende Internetverbindung und die Wallet-Software. Alle weiteren Informationen dazu findest du bei uns auf www.btc-echo.de 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 www.btc-echo.de